hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen video ich habe für euch ein kurzes hands on der see strong diver 300 heritage von alpina vorbereitet die ich live mir angucken und die ich auch live testen konnte eine uhr die so ein bisschen ja modernität gepaart mit vintage bringt eine wirkliche taucher uhr sie ist angelehnt an das erste modell super kompressor das war die ten see strong die 1969 das licht der welt erblickte daher dieser vintage vibe ansonsten eine sehr moderne uhr die gerade auch mit der farbe grün die so ein bisschen die unterwasserwelt und die biodiversität des meeres darstellen soll eine sehr sehr gute figur macht technisch bekommt ihr folgendes wenn ihr euch für eine solche alpina entscheiden solltet ein gehäuse das ist poliert und gebürstet es ist aus edelstahl mit einem durchmesser von 42 mm bei einer höhe von 12,3 mm wasserdicht bis 300 meter also wirklich eine echte taucheruhr wir haben zwei verschraubte kronen eine auf zwei uhr und eine auf vier uhr ein gehäuseboden der graviert ist und zwar einmal mit den für alpina typischen heimischen bergen und einem dreizack dass die maritime berufung der uhr wiederum darstellt es ist verbaut worden kratzfestes safir glas das zifferblatt ist grün mit sonnenschliff dieser sonnenschliff soll so ein bisschen die reflexion der sonne auf der wasseroberfläche darstellen und ja damit im prinzip auch das licht entsprechend brechen so wie es auf der meeresoberfläche der fall wäre des weiteren sehen wir silberfarbene indexe auf dem zifferblatt die dort aufgesetzt sind es gibt eine schwarze innenliegende drehbare 60 minuten taucher lünette mit weißer minuten und sekundeneinteilung einen silberfarbenen stunden sowie einen minuten und sekunden zeige in entsprechender farbgebung und das mit weißer leuchtmasse belegt das uhrwerk ist ein alpina kaliber al-520 mit automatischem aufzug hier haben wir eine gangreserve von 38 stunden bei 26 lagersteinen die funktionen sind die anzeige von stunden minuten und eben sekunden und eben der besagte ring zur berechnung der tauchzeit das armband ist ein grünes kautschuk armband das sehr robust ist und für tauchgänge geeignet ist und wir haben eine unverbindliche preis empfehlung zum zeitpunkt der aufnahme dieses videos von 1495 euro für diese uhr ich finde für einen verhältnismäßig angemessenen preis bekommt man hier eine schöne moderne uhr die perfekt zum tauchen geeignet ist und einen gewissen vintage charakter aufweist also eine gute mischung zwischen modern traditionell und funktionell jetzt bin ich gespannt wie eure meinung zur uhr ist schreibt mir die gerne unten in die kommentare was denkt ihr von der uhr was haltet ihr von der uhr was wären vielleicht alternativen die euch einfallen oder habt ihr die uhr vielleicht schon in eurer sammlung dann schreibt mir sehr gerne eure bisherigen erfahrungen dazu ebenfalls unten in die kommentare und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten videos führen mit euch macht es gut bis bald ciao